Was hast du denn da? Disco-Dancing! Yeah! Guck mal, sind alle an? Boah, es funktioniert! Sind alle an? Ich hab zum ersten Mal Strom hier! Boah, es funktionieren alle! Achso, ja, und ich hab jetzt noch mehr gemacht. So, der... Warte, was war da? Die Welt war gerade aufgeblinkt irgendwie. Oder ich hatte was mit meinem Auge. Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge ARK! Was hast du denn da? Disco-Dancing! Yeah! Okay. Leute, ähm, wir hatten noch einen Tipp bekommen halt bei den zwei T-Rexen. Die waren ja immer noch auf Wanderschaft gestellt. Das mussten wir ausmachen. Ansonsten hätten wir das nie mitbekommen, wenn die ein Kind kriegen. Äh, okay. Irgendwas ist doch hier verkehrt. Ach! Irgendwas ist hier verkehrt gerade. Nein, warum? Ne, ich seh gerade, der hier ist falsch. Guck mal mal, er hat am Hals halt am weißen Streifen. Guck! Wer? Mein, äh, die Morphodon. Guck doch, hinter dir. Wo ist er denn? Hast'n falsch angemalt, wa? Eigentlich hab ich's gelöscht. So Leute, wir haben uns jetzt, äh, Videos angeguckt. Und zwar, die hier müssen abgebaut werden. So, ich glaube auch, jetzt lass die Erko durchschneiden, wenn wir mal fertig gedingstet sind. Holst du sie? Ja, sind sie. Ich kann nicht mehr laufen. You must help me. Help me! Kannst du mir helfen? Ich... Sonst muss ich alles wegwerfen jetzt, was ich hier drin habe. Ich komm schon, ich komm schon, ich komm schon. Ich kann nicht mehr laufen, Hilfe! Hehehe, die Gelegenheit für mich. Wo bist du denn? Ne, 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 ne. Komm. Du machst auch nichts, ne? Pass mal auf, hier. Ach, hat der ja schön fein und Bogen draußen. Guck mal. So, so. Hier, nimm mal etwas mit. Okay, ich kann wieder laufen. Super. Oh, ich kann auch noch locker laufen. Wir haben jetzt wieder ein bisschen was vorgecrafted, sag ich jetzt mal. Problem war... Ups, jetzt habe ich hier mein Fernglas weggeworfen. Bitte. Äh, was bitte? Hab die Aircondition reingetan. Ach so, was reingetan. Alles klar. Das brauchen wir jetzt nicht. Das behalten wir. Ähm. Ach, hier haben wir ja auch noch die Kiste. Da können wir ja den Rest reintun. Ähm. Okay, wir haben jetzt hier so eine Kabellage geholt. Wir haben jetzt alles geholt. Ähm, wir brauchen noch so einen, äh, Generator. Generator, ja. Einen Generator brauchen wir. Ach ja, den hast du ja zerstört. Nein, nein, nein. Der ist noch da, der ist noch da. Aber? So. Den müssen wir jetzt anders dahin bauen. Also, ich habe den noch nicht zerstört. Und zwar, die, die ganzen Kabels hier. Ja. Die docken hier an. Aber wir wollen ja, dass wir da noch eventuell durchkommen. Aber wegen das kommen wir nicht durch. Ja. Deswegen. Öl bringe ich auch kurz mit, ne? Das wollte ich euch halt nochmal zeigen. Öl bringe ich auch kurz mit, ne? Jo, mach das. Okay. Du hast jetzt... Bist du gerade am bauen am neuen Generator? Bin schon unterwegs. Ach, bist schon unterwegs. Da war doch noch... Da war noch einer drinnen. Super. Pass auf. Ähm, den kannst du mir gleich geben. Du nimmst mal auch fünf Conditioner. Air Conditioner. Den nimmst du mal mit. Okay. Hast du ihn hingelegt? Wo ist er? Achso. Ups. Du hast mir Holz hingelegt. Nein, ich packe sie hier in die Truhe. Du passt nicht rein. Werf einfach raus. Das ist drinnen. Die ist drin? Ja. Ah. Super. Und Öl ist auch da drinnen. Okay. Jetzt kann ich euch das mal richtig zeigen. Was ich jetzt genau meine. Ja. Den tun wir jetzt. Dann muss ich jetzt gucken, wie ich das jetzt mache. Ich lass dich mascheln bauen, ne? Schließlich hast du ihren Plan. Echt? Ich hab... Ich hab einen richtig guten Plan. Ja. Der hat einen Plan. So. Das muss ich jetzt weiter da hin bauen. Ich hoffe, das klappt jetzt auch. Aber müsste eigentlich. Ja. Jo. Perfekt. Alles klar. Wir brauchen Öl für diesen Teil. Ja. Das hab ich da hinten drin. Warte. Du kannst gleich hier bleiben. Guck mal kurz mal. Jetzt ist es zu spät. Nein, nein, nein. Du warst da noch über links. Jetzt ist es zu spät. Wo soll ich die jetzt hin bauen? Ach. Warte. Genau. Bevor ich's... Ähm. Mit welcher Seite war das? Mit der linken Seite. Sollte... Muss ich's da ran bauen, ne? Ja. Oh Gott. Ähm. Airconditioner? Wo, wo, wo ist er hin? Okay. Ich vers... Ah ja. Da seh ich die Rillen. Wir hatten die vorher falsch hingebaut. Oh Gott. Der ist auch verkehrt. Ne, ist richtig. Ach ne, du wolltest... Ist richtig. Ist richtig. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ich wollt grad sagen. So, jetzt kann ich mich hier auf den nächsten rausstellen. Fire in the hole. Fire in the hole. Oh, ich hoffe, ich krieg... Die mach ich am besten alle nebeneinander, oder? Kannst du mal den Rest holen? Ich bin genau hinter dir. Was würdest... Oh, ich hab gar keine mehr. Warte, warte. Tu hier nochmal die restlichen zwei hin. Aber genau perfekt aneinander, so wie ich das gerade gemacht hab. Ja, der Abstand... Ja, okay. Ist wie da. So, warte. Gib mir den Rest da. Passt keiner mehr hin. Gib mal den Rest. Hier. For you. Gib mal her. Ein Geschenk. Jetzt bin ich am tüfteln. Warte. Der... Warte, der kann weg hier. Der... Ich muss den leider kaputt machen. Aber ist nicht schlimm. Ich hab das Material, ja? So. Named your bad ass T-Rex. Guten Tag. Ähm... Okay, wollte ich nicht reinlassen. Okay. Den muss ich jetzt... I'm sorry. So hinbauen. Ich hoffe das geht. Ja, das reicht. Das reicht. Das reicht. Glaubst du die reichen? Die ganzen Airconditioner hier? Klar. Bichamo, mein Mädchen. Wie geht's dir denn? Meine kleine Maus. Ne, die hat Hunger. Sünde. Hat die eigentlich viel vom Raptor abbekommen? Oder hat die überhaupt was vom Raptor abbekommen? Gar nicht. Ach, glaubst du... Die kleine Maus hat einfach nur Hunger. Ach, das reicht. Die können sich ja... Mal sehen. Ich hab ja bei... Ich hab ja einen Videolink bekommen. Wir müssen diese Anzeige ja hochkriegen. Und das versuchen wir. Hast du Öl mitgebracht? Ja, ist in den Dingen drinnen. Okay. So, jetzt versuch ich mal. Ich muss mir extra ein Video eben gerade noch angucken, weil ich hatte keinen Plan, wie das funktioniert. So. Ich hab meine Kleine. Ich glaub, wenn wir... Ne, muss ich doch das hier nehmen. So. Das haben wir jetzt hier so. Und dann brauchten wir ein, was ich nicht mit habe... Wo ist denn das jetzt? Wurde uns nicht gesagt, dass wir einen Dimetrodon brauchen? Ach. Ne, 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 ne. Jetzt noch nicht. Wir brauchen einen Dimetrodon, um... Wenn sie... Geschöpft sind. Die Tagesmami. Die Tagesmami. Genau. So wurde sie in den Kommis genannt. Also in ein Kommi. So. Geh mal. Geht das? Eins, zwei... Ja, warte. Hier sind... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Kabel müssen dort sein. Ähm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Warte, wir probieren's einfach mal. Ja, es sind sechs. Ja, du siehst hier links da auch noch, ne? Das sind mehr als sechs. Hier, guck mal. Sind alle an? Oh, es funktioniert! Sind alle an? Ähm. Ich hab zum ersten Mal Strom hier. Oh, es funktionieren alle! Geil! Äh, jetzt krieg ich schon Escape. Hypothermal, war das nicht so... Ähm... Warte! Ich mach kurz mal aus. Wir brauchen noch welche. Kannst du mal kurz noch welche machen? Ich kann die ja nicht machen. Weil... Äh, du kannst ja gucken. Warte mal. Komm mal mit. Äh, komm mal runter. Was brauchst du dafür? Äh, das kann ich hier nicht gucken. Das muss ich beim Fabrikator gucken. Ja, warte, hier, nimm das mit. Wie viel... Oh, das kann ich alles gebrauchen. Kannst du damit fliegen? Hier, warte, 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 warte! Noch nicht wegfliegen! Hier! Oh, ich bin extra zurückgekommen. Ich geb dir, ich geb dir jetzt, äh... Ich guck kurz... Ich glaub... Ich glaub, mit Hallengott glaub ich... Nee, nee, nee. Ich hab das... Ich tu jetzt das in Lizzy rein. So. Crofte mal ungefähr, weil... Ich hab ja das gesehen beim Link. Der hat über 1000. Ja. Und wir hatten da 900. Also, mach mal ungefähr noch... Zwei? Drei. Drei. Ich würde sagen, drei. Mal sehen. Eins, zwei, drei. Ja, noch drei Stück mach mal. Ich denke mal, das müsste eigentlich reichen. Weil wir haben uns echt Tipps angeguckt. Ich kann hier hier ein bisschen noch weiterbauen, weil das ist ja noch nicht ganz fertig. Was brauchen wir denn? Ach, wir haben's mal mit dieser anderen Foundation ausprobiert, aber... Brauchen wir doch nicht. Wir lassen das jetzt so, wie es jetzt ist. Und das passt eigentlich schon. Ach, die ganze Kabelage, die brauch ich ja gar nicht mehr. Dauert noch kurz. Ja. Ich warte auf dich, ja? Ja. Okay. Alles klar. Wir haben jetzt hier sogar eine Mod reingeknallt, die heißt Planting. Damit wir... Wie soll ich sagen? Damit wir Bäume bauen können, ne? Einen hätten wir schon mal, den zweiten ist auch fertig. Ja. Ja. Boah! Ganz knapp, ganz knapp. Perfekt abgeschätzt. War von mir so gewollt. Und da ist der dritte. Okay. Ähm, den wollte ich jetzt eigentlich noch da hin haben. Ja, das sieht so schon viel schöner aus. Ähm, jetzt tun wir das noch. Boah. Es ist fast fertig. Wuh, hu, hu, hu. Ha, hu, hu, hu. Kannst du die da schon nah aneinander hinbauen? hätte. Hä... Nah. Ich soll sie ran bauen hier, cool. Ja, da gib mir... Nee. Versau das nicht, ne? Näh, nein, nein. Jaja, du machst das schon, du machst das schon. Ich hast nur die da ran gebaut, die dritten sind ja verkehrt da rum. Wie? Nein, das soll... Nein, 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 falsch! Nein, 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 nein! Nicht den Baum, nicht den Baum. Gib her. Achso, ich soll von hier hin, ja. Nee, ich meine nur gerade eben. Ich baue die aber richtig ran, ne? Soll ich das machen? Da soll keine Lücke entstehen. Es muss hübsch aussehen. Upsi. Ja, das geht. Hast du zu weit in den einen reingebaut, aber lass ich mal so gelten. Gibt es eigentlich so ein Tor wie ein Zaun? Nee, ne? Doch, es gibt dafür auch eine Mod. Habe ich heute erst gesehen. Auch eine Mod. Für alles gibt es eine Mod. Aber egal, das brauchen wir dann jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt gerade am überlegen. Davon haben wir ja jetzt alles eigentlich. Ey, ich habe einen richtigen Plan. Guck mal, wenn du mich jetzt ansiehst. Hier an jeder Ecke so einen Holzpillar oder Stonepillar hochbauen. Und dann so ein Dach für den bauen, weißt du? Ah, ja, das ist voll die nice Idee. Das würde auch eigentlich geil aussehen. Ich gucke mal gerade, was ich für den Futtergrub brauche. Ja, mach ruhig, mach ruhig. Ich habe dafür sogar alles. Ich fliege mal kurz hin ins Lager. Ich mache das dann mal kurz fertig. Ich weiß nicht. Ich bin gerade am überlegen, ob wir hier auch noch eine Wand haben. Einer reicht oder sollen wir zwei Fotokrüge hinbauen? Zwei. Okay. Einen hier am Anfang oder beide am Ende. Werden wir ja sehen. Okay. Ich gucke jetzt mal, wie viel die Temperatur jetzt, sag ich jetzt mal, an ist. Und gucke mal, ob die anderen funktionieren. Genau, genau. Nein. Hier, hier, äh, ah doch. Die sind auch am Anfang. Oh, jetzt riecht ich schon wieder. Es geht. Oh, ich bin gerade hier. Ja, du bist gerade wieder aufgedreht, wa? Ja, weil du weißt gleich, was los geht. Babys. 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 Holen wir nochmal Öl, äh, äh, Gas runter. Ja, dauert noch. Einen kleinen Moment. Ich muss jetzt mal gucken, ob wir hier überhaupt alles, äh, haben. Nein, geil. Dann kann ich ja schon mal, weil ich muss ja eh Dino holen. So, Flash, komm mal mit hier. Dino. Oh, wir haben jetzt einen Tipp bekommen. Wir versuchen das jetzt, ich hoffe, das dauert auch nicht so. So. Wen nehmen wir denn hier? Was ist denn das hier? Das ist ein Female. Und das ist ein Male. Okay, du, Topsy und Uteraptor. Warum hat sie noch keinen Namen? Weil das doch der ist, den wir erst getamt haben. Ach so. Wollen wir denen einen Namen geben, oder? Meinetwegen so. Ich hab zwei Futterkrüge. Ähm, der Dings kommt nicht raus. Der kommt nicht raus. Ah, jetzt, jetzt, jetzt. Ah, guck mal. Ach, haben die eigentlich ein Herz über? Ja. Oh, super. Na klar, warum nicht? Oh. Oh Gott. Ich bin schon so aufgeregt, Leute. Oh. Ach stimmt, ich hatte ja letztens was ins Stream entschieden. Also gestern, so gesagt. Zack. Ach, jetzt hab ich das Öl vergessen. Egal, ich bin doch da. Okay. Wo soll ich denn die Futterkrüge hinbauen? Dennis. Ich hab jetzt Dennis. Also der Track hat jetzt einen Namen bekommen. Ach ja. Dennis. Warte, ich zeig dir, wo du sie hinbaust. Ich hab einen Platz. Hier, so zwei Stück nebeneinander, aber... Ach, das muss ja die ganze Zeit anbleiben, ne? Wie viel Öl haben wir denn? Ich hatte eigentlich viel mehr gemacht. Ja, da oben war das doch. Ja, ich... Hä, ich hatte doch mehr gemacht. Wir müssen Öl wieder fahren. Ach so, ja. Und ich hab jetzt noch mehr gemacht. So, der... Alter, was war das denn? Die Welt war gerade aufgeblinkt irgendwie. Oder? Ich hatte was mit meinem Auge. Komm, schnell zu mir. Ich komme. Oh, jetzt bin ich gespannt, ey. Jetzt bin ich gespannt. Wo wollen wir das machen? Wollen wir das hier machen? Schön im Freien hier. Hol mal den anderen. Komm mal, siehst du, wo ich stehe? Ja. Das würde ich hier nebeneinander hinbauen. Nee, 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 nee. Das machen wir. Einer kommt hier in der Ecke. Ja, wollte ich ja machen. Hier so längst nicht, so, ne? Hier so lang. Geh raus, da. Da. So, hast du. Und den anderen. Sag ich jetzt mal hier für die andere Seite, oder? Okay. Weil wir wissen ja nicht, wie weit... Ach stimmt. Oder warte. Wie weit ist denn das? Geht das sehr weit? Ja, es geht. Guck doch bei mir. Ja, dann tu das mal lieber... Warte. Ich probiere kurz das aus. Ist das Symbol noch über ihn, wenn er hier ist? Ja. Ach, wollen wir das machen, dass wir auf den drauf sitzen? Na, warte. Ja, genau. Baut das genau daneben jetzt hin. Okay. Ähm. So, ich gehe auf Topsy drauf. Ich gehe natürlich auf den Kerl drauf. So. Du nimmst jetzt sie. Du schmeißt dann gleich sofort den Generator ein. Ja, wenn das Ei da ist. Im Fütterdruck ist ja wirklich noch nichts drin. Okay, pass auf. Ach, haben die Dinos denn noch? Ja. So, Leute, es geht los. Ich mache jetzt kurz das Bein hoch. So, wie ging das denn nochmal? Pass auf. Ähm, ich hoffe, das funktioniert bei dem Badass. So, hier ein Kisschen nochmal. Alles klar. Jetzt drückst du... Hättest du E gedrückt. E. Ach, warte. Nee, nee, nee. Doch. Nee, warte. Wir müssen jetzt... Doch, hier vor dem. Und dann Enable Wandering. Warte, du musst sofort auf ihn drauf reiten, ne? Okay. Pass auf. Enable. Wandering. Und sofort rauf. Alles klar. Jetzt müsste eigentlich irgendwo eine Anzeige kommen. Bei wen auch... Immer? Hast du es gemacht? Ja. Ach. Warte, warte, warte. Du... Nochmal wegmachen. Nochmal wegmachen. Ah, nein, 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 nein. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was denn? Da stand, äh... Wir müssen runter. Hä? Aber bei dem einen Video hat es geklappt. Ja, dann versuchen wir es nochmal. Nein, nein, nein. Warte, warte. Schick mal die beiden Raptoren. Geh mal mit denen rein. Wie rein? Ach so. Geh mal hier rein. Pack die genau hier hin. Hier hin. Genau. Ich habe einen Plan. So. Dann nehme ich eine Dafa mit. Eine Dafa mit. Und eventuell eine... Ah, nee, 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 nee. Man muss ja schon hier durchschauen können, ne? Eine davon. Alles klar. So, ich komme, ne? Komm rein. Komm rein. Pass auf. Wir machen das jetzt so, dass wir da jetzt ein Fenster, Tür und Dings hinsetzen. Äh, tu die mal genau hier hin. Halte mal mit denen da rein. Warte, ich nehme denen jetzt kurz. Ja, was habe ich denn eigentlich... Alter, krass ist das langsam. Äh, komm. Pass auf. Ah, okay. Ja, genau. Ah, okay. Warte mal, reicht das, wenn das auch hier so ist? Hast du deine Handschuhe angemalt? Die sind pink. An der Unterseite. Guck mal bei mir, dann siehst du das. Ne, ich habe nichts gemacht. Pass mal auf, ich mache das hier jetzt, ne? Na, nicht zu groß. Mach doch einfach daneben. Genau neben denen. Hier so. Hier so einfach. Ja. Okay, wir machen das jetzt einfach nur provisorisch, okay, Leute? Ich hoffe, die können da nicht rauslaufen. So, es sieht zwar scheiße aus, ist halt so. Ach so. So, bam. Kommst rein? Alles klar. Was ist das denn? Wo, doch. So, Leute. Enable Wandering. Geht du zu deiner, ich muss sie hier näher. Okay. Eins, zwei, droh. Ah, ja, ja. Geht's? Es klappt, ja. Guck, bei ihr hier. Die macht gleich ein Ei, Leute. Oh, die machen Liebe. Die machen Liebe miteinander. Love it in dir. Na, was machst du jetzt? Ah, ja, wir beobachten jetzt, wie das, ich sag mal, ja, wie kann man das nennen zwischen den zwei Raptoren? Yeah, feuer die an. Alter. Hä? Das macht dir gut. Das ging weg. Das Mating Progress. Ähm, shit. Ich kann keine Wand bauen. Warte. Das darf nicht weggehen. Alter, ist das krasses Wetter hier draußen. Äh, da, 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 da. Ich stelle mich denen mal so im Weg, damit sie nicht an mir vorbeikommen. Aber es funktioniert nicht. Ah, es ist weg. Ist weg, ne? Schnell, komm her. Ach, Mist. Ah. Die stehen jetzt wieder nebeneinander. Schnell, 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 schnell. Ah, er ist wieder raus. Der muss hier jetzt rein. Der kommt mal mit. Äh, nee, 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 nee. Egal. So, bist du drin? Oh ja, los, runter. So. Mann, 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 ist das bei denen schwer. Naja, es ist doch gar nicht so kompliziert, ne? Aber das, so klein darf das nur sein. Ja, ich glaub doch, es muss ganz klein sein. Dann geht das. Aber so, das ist ja schon gefangen. Ja, okay, ich sag mal. Im realen Leben ist das ja nicht anders. Lass mich mal kurz durch. Ich will Fleisch in die Truhe da hinten packen. Ähm, ja, warte. Warst du die Tür zu? Nein, du warst, du, oh nein. Geh, geh. Du störst den nur. So. Glaub ich doch nicht. So, äh, was haben wir denn hier? Das ist alles vermiesen. Gar nicht. Jetzt müssen sie erstmal wieder in Stimmung kommen, damit sie überhaupt was machen können. Nee, das ist, glaub ich, voll. Wenn du einmal kurz draus sitzt, glaub ich, dann bleibt das. Nee, ist komplett runter gewesen. Nein, ich hab doch grad selber geguckt. Das war noch da. Ist komplett runter. Ja, jetzt geht's schon wieder hoch. Ja, ja, ja. Ah, Mann, 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 Mann. Jetzt wär das schon fast, ich sag mal, über die Hälfte wär's hundertprozentig. Ja, aber dass sie wieder, oh, oh, guck mal, bei denen steht right, hier steht open an der Tür. You know? Ja, der ist in dem Moment einfach da vorgelaufen. Hallo. Oh, das, ich weiß nicht, wie, wie lange dauert das jetzt ungefähr noch? Die machen ja sofort dann ein Ei, ne? Ja, ey, stimmt, wir können doch hier neben einfach, hast du noch eine Tür und so? Nee, können wir erst direkt daneben bauen. Was daneben bauen? Noch eine Brutkammer. Guck, für dich da die beiden und dann hier neben einfach. Stimmt, das könnten wir eigentlich machen, ne? Hast du drüben noch? Ja, da müsste eigentlich noch genug drin sein. Da müsste in der ersten Truhe eine Tür sein und mit Dings da, ne? Alles klar. Und hol mal eine Tür, also eine Fensterwand her. Fenster? Ja. Und einen Türdurchgang nochmal. Ah, nee, lass, lass, das können wir später bauen, weil das sieht nicht so schön, und das sieht nicht schön hier drin aus, weißt du? Wie schön. Ja, guck dir das mal an, ich hab das falsch rumgebaut. Schäm dich. Oh, sie ist gleich fertig, sie ist gleich fertig. Ich würde jetzt, du kommst hier nicht rein, ne? Du lässt die Tür so, du lässt alles so, wie es ist. Hast du viel verstanden, ne? Okay, pass auf. Oh, oh, ist gleich fertig. Hier, willst du durch Fenster gucken? Musst du von draußen jetzt gucken. Sie legt ein Ei. Sie legt ein Ei. Oh, jetzt bin ich gespannt, ob es neongrün ist. Schiffes. Nein, ist es nicht, ich glaub, es ist Normalfrage. Ja. Sie, gib her. Gib her. Ähm, ähm. Wo ist es hin? Ähm, ich, ich, oh Gott. Ich komm hier nicht weg. Hier unter dem Raptor. Ich, ich, ich prüschel mich an. Ich hab's. Ich hab's. So. Okay, das müssen wir jetzt hier einfach hinlegen, ne? Ja. So, und dann einfach so. Na, genau jetzt speichert. Hä? Okay. Was war das denn? Ich war draußen und war dann wieder drin. Ja, es hat gespeichert. Ach so, genau. Oh. Ja, und jetzt kann man beobachten. Also, es hält schon mal übelst lange. Das heißt, wir müssen es nicht beobachten. Kannst du mal herkommen? Warte mal. Wenn Egg Incubation da steht. Das muss ja komplett runter, ne? Da, Raptor. Hallo. Hallo. Der, der kommt da nicht raus. Oder wo bist du denn drauf? Nein, ich hab grad den einen Raptor aufs Stoff gemacht. Ach so. Ich hab gedacht, du hast den einen Raptor hier jetzt auch rausgeholt. Wie kommt denn der raus? Ach so. Mach den aufs Stoff, ja? Ach, warte, 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 warte. Und das ist aber klein. Ja, das sind zwar große Geschöpfe, ne? Aber... Oh, komm. So, ist er jetzt? Ja, geht doch. Ist er jetzt auch wirklich? Guck mal. Äh, wie funktioniert das jetzt beim Ei? Das dauert ja Jahre. Hey. Leute, wenn ihr einen Tipp habt für uns, ne, ähm, da müsst ihr uns jetzt wirklich helfen, weil... Ah doch, es ging was runter, es ging was runter. Krass. Dann müssen wir echt gucken, bevor wir jedes Mal abhauen, dass das da irgendwie nicht kaputt geht, also nicht kaputt geht und wann es oben bleibt. Krass. Oh Mann, ey, ich guck mal, wie viel Öl hier jetzt weggeht. Ach so, ich hatte ja mehr Öl rein. Ah, stimmt ja, stimmt ja, stimmt. Oh Gott. Leute, also, wir werden halt mal gucken, ich denke mal in der nächsten Folge, werden wir noch mehr Eier machen. Wir haben jetzt ein Ei von dem Raptor jetzt geholt. Also ich sag mal... Ich hab die jetzt einfach so genannt, so, ne? So ein Inu. Inu hab ich die jetzt genannt, den Raptor. Also, wenn das ungefähr jetzt fertig ist, ich sag mal, guck mal, was denkst du von der Zeit her, guck mal, das sind jetzt ungefähr zwei Minuten. Alter Schwede, das kann dauern. Über eine Stunde. Auf jeden Fall. Aber guck mal, weißt du was gut ist? Das sind sieben Stunden, noch was ist das kaputt? Äh, sieben Tage. Sieben Tage, ja. Geil. Wir brauchen uns darum gar nicht zu kümmern. Wir müssen nur halt gucken, dass wir damit klarkommen, dass wir es nicht vergessen. Ich hab sie jetzt Inu genannt, aber es ist falsch geschrieben. Naja, äh, zahl mal. Ähm, keine Ahnung, wie die jetzt geschrieben wird. Ah, ich glaub, die wird anders geschrieben. Warte. So. Ich hab schon. Ach, hast du schon? Ich glaub so. Ja, so wollt's ja auch gerade schreiben, glaub ich jetzt. Naja, Leute, auf jeden Fall, wir werden jetzt gucken, was die nächsten Dinos sind. Wir haben jetzt unser erstes Ei, haben wir jetzt jemals gehabt, was wir jetzt hier gesehen haben. Ich weiß, was wir machen können. Ich hab noch nie ein Dilo-Baby gesehen. Ein Dilo-Baby? Ja. Ja, das werden wir ja sehen halt. Wir gucken jetzt, was wir in der nächsten Folge machen. Wir tun mal alle Dilos. Können wir da mal in dieses kleine Gehege reintun. Naja, ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen. Auch wenn wir jetzt nur ein Ei erstmal haben. Wir mussten uns erstmal rantasten, weil das war echt Neuland für uns. Und jetzt sind wir halt gespannt. Wir müssen jetzt ein bisschen Öl holen. Doch, doch, doch. Müssen wir. Doch, müssen wir. Also hast du nichts zu sagen. Also, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat und das Ei natürlich, lasst uns doch einen Kommi oder einen Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.